Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Dienstag, der 3.07.2018 um 6.45 Uhr. Ich war heute so wahnsinnig und besser gesagt, gestern mir den Wecker auf um 5 Uhr zu stellen, um vor der Arbeit zum Sport zu gehen. Ratet mal, was ich heute früh um 3 Uhr gemacht habe, den Wecker auf um 6 Uhr gestellt. Ja, irgendwie war ich noch so müde und dachte mir so, oh nee, komm eine Stunde länger schlafen, das ist schon ganz gut. Gut, und um kurz vor 6 Uhr war ich tatsächlich wach und jetzt bin ich bereit für den Tag. Bad ist abgeklärt, erledigt und jetzt geht es gleich ins Büro. Heute ist, wie gesagt, Dienstag. Ich werde heute Abend nicht streamen, auch wenn ich gestern kurz überlegt hatte, ob ich streame, aber ich weiß nicht, also das wird mir, glaube ich, zu stressig, weil ich nach der Arbeit noch zum Sport gehe und ehe ich dann fertig bin mit allem, ist es irgendwie um 7 Uhr oder so. Und das ist mir dann zu spät, weil ich ja um 9 oder um halb 10 Uhr wieder ins Bett gehen werde. Und deswegen, mal kurz in die Haare fassen hier, werde ich den Stream auf morgen verschieben. War ja eh so angedacht, am Mittwoch erst wieder zu streamen. Das Spiel Phoning Home habe ich ad acta gelegt. Also wir haben gestern, glaube ich, zweieinhalb Stunden in der Wüste zugebracht, sind rumgefahren, haben sogar eine Antenne erreicht, die anderen beiden irgendwie nicht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt noch 2, 3 Streams zu machen. Von daher habe ich gestern entschieden, nee, komm, es ist süß, das Spiel, es ist nett, aber nee, ich spiele das jetzt nicht bis zu Ende, weil das wird dann nochmal 5 oder 6 Stunden dauern. Ja, stattdessen habe ich gestern ein wunderschönes Spiel, oder besser gesagt, zwei wunderschöne Spiele geschenkt bekommen von Thomas. My Ex-Boyfriend, The Space Tyrant oder sowas, also richtig Kloppo-Spiel. Also Kloppo nicht, aber ist schon ziemlich trashig, glaube ich. Und Escape from Pleasure Planet oder so ist dann der zweite Teil. Und ja, das werde ich dann wahrscheinlich am Mittwoch spielen. Ich habe gestern schon ein bisschen noch im OBS rumgebastelt und geguckt, weil der erste Teil von dem Spiel ist scheinbar 4 zu 3. Der ist nicht mal 16 zu 9, das heißt, da muss ich dann meinen Bildschirm so ein bisschen einteilen. Und dann gucken wir mal, was das für ein lustiges Spiel wird. Und das werde ich am Mittwoch dann, also morgen Abend, irgendwann gegen 18 Uhr, zum Besten geben. Ja, ansonsten gibt es irgendwas Neues, ich glaube nicht. Stefan ist heute wieder irgendwann hier. Der muss Mittwoch und Freitag auch arbeiten. Der meinte schon, da müssen wir uns dann ums Bad kloppen am Morgen. Aber da er, glaube ich, früher los muss, er hat ja einen fixen Startpunkt der Arbeitszeit, geht er einfach früher ins Bad als ich. Und ich gehe dann einfach nach ihm ins Bad, sobald er fertig ist. Ja, und ansonsten gibt es, glaube ich, nichts zu erzählen. Heute ist Dienstag, der dritte, siebte. Hm, ist nicht irgendwann so ein amerikanischer Feiertag? Irgendwann im Juli? Egal, ist ja für uns hier in Deutschland, glaube ich, nicht so relevant. Ja, äh, 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 dann würde ich sagen, habt einen wunderschönen Dienstag. Äh, genießt das schöne Wetter. Hier in Berlin werden es heute bis zu 28 Grad, äh, richtig warm. Mal gucken, äh, letzte Woche war immer so schön 20, 22 Grad und jetzt wird es wieder heiß. Äh, wir gucken mal, wie ich das ertrage. Am Montag hatte ich, also gestern hatte ich ja so ein bisschen Kopf, das ist dann im Verlauf des Tages aber weggegangen, da war ich ganz froh drum. Und jetzt hoffe ich immer, dass das durch die Hitze nicht wiederkommt. Aber, das werde ich euch dann berichten. Also, habt eine schöne Zeit und wir sehen uns morgen beim nächsten täglichen Vlog. Und vielleicht auch morgen Abend beim, äh, hier, My Boyfriend, The Space Tyrant oder so, äh, Game. Könnt ihr ja schon mal googeln und euch schon mal erfreuen auf das, was euch da erwarten wird. Bis dann. Tschüss. Schönen Abend noch. Schönen Tag noch. Bis bald. Ciao.